Das ist das Mehrzweckabteil im Abschnitt B. Gleis 3 ist eingefahren, wir sehen 22.06 nach Norddeich. Gleis 3 ist eingefahren, wir sehen 18.06 nach Norddeich. Ja, und hier ist wieder der Harry, Zugbildung nach Vorbild. So, heute stelle ich euch mal zwei Varianten eines kompletten Upgrade ÖBB-Zuges vor. Upgrade, das steht ja für die Farbe. Und zwar einmal 8-teilig und einmal 7-teilig. Und zwar so, wie ich sie selber gefilmt habe in Duisburg. Ich hätte eventuell noch eine nächste Variante machen können, aus das, was ich jetzt ja München gesehen hatte. Aber da fehlt mir noch der Speisewagen zu, der kommt dann später nochmal. So, jetzt wünsche ich euch mal viel Spaß mit zwei IC-Zügen. Einmal 8-teilig und einmal 7-teilig. Dazu natürlich immer die Original-Videos, die ich dann mit einbaue. Jo, viel Spaß! So, jetzt. Das war's. Sollte Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und das Ganze siebenteilig, also man kann damit schön variieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.